Survival Lily hat ihr eigenes Messer rausgebracht, das Apo One. Wenn du wissen willst, ob das einfach nur ein Marketing-Gag ist oder ein wirkliches Survival-Messer, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Raini Rossen vom Survival-Shopio. Lebensgut, schön, dass du dabei bist. Apo One, das Survival Lily-Messer. Ich habe immer wieder Anfragen, Raini, sage ein bisschen was zu dem Messer und erzähle uns, ist das ein Klumpet oder nicht. Und das mache ich jetzt hiermit. Und es wird häufig mit dem Cold Steel SRK in Verbindung gebracht. Und wenn du dir ein paar Videos von der Lily angeschaut hast, was ich getan habe, dann kommst du drauf, dass sie halt dieses Messer auch immer wieder im Einsatz hat. Sie hatte mal ein Fail-Neven S1 bei irgendeiner tropischen Insel irgendwas dabei und das hat nicht gut abgeschnitten. Aber ihr SRK, das war ja heilig. Und ich mutmaße sie jetzt, denn ich habe nicht mit ihr gesprochen. Ich glaube, dass das hier, ihr Apo One, die Weiterentwicklung, das, was sie als Notwendigkeit für sich ansieht, entstanden ist. Gut, wie auch immer. Schauen wir uns die beiden Messer mal an. Wenn man die jetzt wirklich in einen Vergleich bringen will, dann siehst du gleich einmal, naja, die haben anderes Griffmaterial. Wenn du es in der Hand hättest, würdest du merken, dass das SRK leichter ist, weil es nur einen nur, unter Anführungszeichen, einen L hier hat und nicht Full Tank wie das von der Lily. Das merkt man aber auch gleich. Und es ist anders Griffig. Das hier ist Kunststoff, das ist Gummi. Und manche Leute, und das möchte ich hinzufügen, manche Leute sagen, Plastikum, ich pfu, und sagen wieder, oh ja, ich muss den Stahl spüren und ich brauche... Also, und andere sagen wieder, ich brauche etwas Griffiges, so richtig Griffig-Griffig, weil Griffig-Griffig. Ist auch okay. Dann wird es wahrscheinlich das Lily-Messer nicht sein und umgekehrt, wenn du sagst, Plastik, dann ist das Lily-Messer eine Überlegung wert, das Apo One. Ich glaube, darauf muss man jetzt einmal ein bisschen Rücksicht nehmen. Das nächste ist, ich behaupte, dass Cold Steel sich von Fell-Niven was abgeschaut hat, ich sage das jetzt mal so, ich weiß, es ist eine Mutmaßung, eine böse Behauptung, und hat das S1-Nachbaut so ungefähr irgendwie so, ja, vielleicht hat auch Fell-Niven das Cold Steel-Nachbaut, wurscht. Aber der Punkt dabei ist, dass das ein typisch nordisches Messer ist, meiner Meinung nach, nämlich vom Griff her, nur vom Griff. Weil, weißt du, wenn es saukalt ist und du hier an diesem, das ist einfach kälter als dieses Teil hier. Es ist, wenn es wirklich so richtig scheißrutschig ist, wenn du nasse Hände hast, schwitzige Hände, liegt das hier vom Material besser in der Hand. Aber, und jetzt kommt's, die Lili ist natürlich auch kein Dummkopf hin, ja, und hat hier diese Elemente mit eingebaut. Und ich muss da eines sagen, im Vergleich jetzt zum SAK kann ich das Messer noch, auch genauso oder vielleicht sogar noch besser halten. Es ist hier etwas verdickt, während es einfach nur eine Gummiwurscht drauf gebaut ist, ist das hier verdickt und da wieder verjüngt. Das heißt, das schmeckt sich wirklich schön in die Hand an. Und was mir auch extrem gut gefällt, das ist mir gleich aufgefallen, und zwar der Griff da, der ist nicht einfach eine gerade Wurscht wie beim SAK, sondern der geht nach unten. Wenn ich das so gesehen habe und dachte, okay, greife an und denke, ah, das Messer liegt wirklich fett in der Hand. Das ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Und das taugt mir natürlich. Was mir persönlich natürlich nie taugt, das ist das hier, das hier, das mag ich nicht. Aber das liegt immer im Auge des Betrachtens. Es gibt ja Leute, die stehen da drauf, und ich glaube, dass die Lili da drauf steht, wegen Handschuhearbeiten und sonstige Dinge. Und wenn man das mag, mag man das. Aber ich mag das nicht, weil ich das zum Schnitzen sehr häufig einsetze, und da tut das weh. Okay, das ist beim SAK nicht so, und das freut mich natürlich. Wir werden jetzt dann nachher auch gleich ein paar Tests machen und gleich ein bisschen was ausprobieren. Aber das gleich einmal der Unterschied. Einen Punkt vielleicht noch. Hier hinten ist Metall. Nämlich, da wo man das Bandal anbringen kann, als Fangriemen. Das ist hier anders gelöst. Das geht wieder. Und das ist da kein Metall, das ist Gummi. Und ich weiß, dass die Lili gern Kokosnüsse aufschlägt. Ja, ich habe das Video gesehen. Weil ich nämlich das S1 Video mir angeschaut habe, wo sie irgendwas mit Kokosnuss und so weiter gemacht hat. Ich habe jetzt Wagen in Erinnerung. Und da war ihr wahrscheinlich dieser Hammer sehr wichtig. Und wenn du einen Hammer haben willst, dann ist das hier besser. Wenn du sagst, ich brauche keinen Hammer, dann ist es halt nicht besser. Dann ist auch das okay, wenn du Hammer haben willst. Dann ist das eine Funktionalität, die sicher okay ist und nett ist. Ein letzter Punkt noch. Und ich verspreche, ich werde dann gleich einen Test machen. Ich verspreche, es ist auch unterheilig. Da hier, wenn du so Bratzen hast, so Bratzenhände, dann ist es blöd, weil genau da dieses Lineartingsbums, oder wie das heißt, dieses Fangriemen-Schnürrl durchgeht und das vielleicht dann da stört. Das kann dir hier nicht passieren. Auch wenn du Riesenbratzen hast, die bis da runter gehen, weil das halt mit dem Hammer anders gelöst ist. Das sind jetzt alles kleine, feine Details. Aber es ist so. Bei dem SRK, ich weiß, dass es eine neue Version gibt, wo der Schliff bis ganz runterzogen ist, so wie da, was ich sehr schätze. Das ist bei dieser alten Version nicht der Fall. Das ist da so ein, was ich total finde, aber soll auch so sein. Aber das ist bei der Lilly hier nicht der Fall. Dadurch kann man beim Arbeiten auch hier an dieser Stelle Druck aufbauen. Und man kann auch beim Powercut hier gleich mitarbeiten und hat mehr Hebelwirkung. Gut, ich halte das Maul und mache mal einen kleinen Test. Rein in die Scheide, die übrigens sehr ähnlich ist wie vom SRK. Aber trotz alledem ein bisschen anders und ein bisschen wertiger verarbeitet ist, ist es zumindest meiner Meinung. Aber sei es drum. Jetzt legen wir los mit dem Test. Ja, dann machen wir halt den allzeit beliebten, ich hacke irgendwas durch, Test. Und das machen wir natürlich auch gleich. Das ist ein Haselstock, der ist schon ein bisschen abgelegen, also trocken und dadurch auch ein bisschen härter. Schauen wir ganz einfach einmal. Gut. Geht ungefähr, ja, nicht bis zur Hälfte, aber ist schon ein Stück reingegangen. Dann das SRK dazu. Ist gar nicht stecken geblieben. Machen wir noch einmal, vielleicht hat der Reiner einen Fehler gemacht. Ist gar nicht stecken geblieben. Okay, steckt nicht, aber macht nichts. Das Lilimesser geht auf jeden Fall tiefer rein. Ich sage immer Lilimesser, ich meine natürlich Epowand, Entschuldigung, ja. Geht ein bisschen tiefer rein, sei es drum. Ich glaube auch nicht, dass das absolute Relevanz hat, aber trotz alledem. Ich kann das schön hier hinten nehmen, diese Verdickung hier oder wie auch immer man das nennen mag, lässt es zu, dass ich mit Zeigefinger und mit Daumen das richtig schön halte. Ich meine, für das hat der Herrgott Segen erfunden, was ich da gerade mache, aber es geht ja um den Belastungstest, ne. So. Also das ist einmal sehr gut gegangen. Jetzt nehmen wir das SRK. Gehen wir das ein bisschen auf die Seite, weil es die wegen Sicherheit und so. Ja. Ra-Wu-Zi-Ka-Pu-Zi. Also funktioniert genauso. Also noch einmal, die Lili im Test, also das Epowand im Test. Und jetzt daneben unser SRK. Das ist richtig anstrengend. Das ist Arbeit, wirklich. Nicht nur ein Video machen, das ist richtig Arbeit. Ja, aber jetzt. So. Also beide hacken gut. Muss ich leider dazu sagen. Ich merke jetzt auf den ersten Blick keinen Unterschied. Das Einzige, was ich schon merke, ist, dass ich beim Cold Steel, dass das mir wehtut. Ja, wegen diesen Noppen hier drauf. Gut, soll so sein. Das ist beim, das Lili-Messer liegt mir besser in der Hand. Ich habe das Gefühl, dass das SRK vielleicht ein bisschen besser, weil es kopflastiger ist, schneller und effektiver hackt. Aber das möchte ich noch einmal ausprobieren, weil das muss man vielleicht an einem anderen Exemplar noch einmal ausprobieren. Aber was mir schon einmal positiv auffällt, ist das, wenn du jetzt wirklich viel arbeitest, wenn du für die Unterkunft irgendwas brauchst, wobei ich ohnehin der Meinung bin, dass, wenn ich mal was hacken muss, wenn ich sehr viel Holz abschneiden muss, ich mir sowieso einen blöden Platz für meinen Schelter ausgesucht habe. Aber sei es darum, sei es darum, sei es darum, das ist eine Glückscheißerei. Aber wenn ich das mache, dann ist es mir wichtig, dass ich gut und lang arbeiten kann. Denn wenn ich mal einen scheiß Platz ausgesucht habe, wie man so schön sagt, und ich viel Material hacken muss, nur mit dem Messer, dann liegt es daran, meine Hände dürfen nicht sagen, nein, ich höre auf mit dem. Wenn sie das sagen, habe ich ein Problem. Und bei dem hier tun sie das. Wenn du Handschuhträger bist, ist dir das egal. Weil dann wirst du diese Noppen hier nicht spüren beim Festhalten. Weil jedes Mal, wenn du den Schlag nach vorn machst, nimm das, probier mal, nimm dein Messer, pass aber auf, dass du niemandem wehtust, dir und niemandem. Und du machst so und das bewegt sich. Und bei dem SRK merke ich richtig, dass man das da wehtut, da kriege ich richtig so kleine rote Teilchen raus. Und das ist beim Lili-Messer, ich sage immer Lili-Messer, das ist nicht böse gemeint, ist das besser, ist viel, viel besser. Und es liegt auch da besser in der Hand, ist aber dafür nicht so kopflastig. Na gut, nächster Test. Ja, dann machen wir einen kleinen Betonung-Test. Und zwar Buchenscheid. Hupsi, das wäre fast an die falsche Stelle gefallen. Das Stück Holz funktioniert alles gut. Beim Draufschlagen werden die Vibrationen nicht so an die Hand übergegeben, dass man gleich sagt, bitte hör auf damit. Das ist okay. Dann nehmen wir das Stück mit dem SRK. Und das würde auch gut gehen. Glaube ich halt. Erst. Und da kommt jetzt dann zum Beispiel schon einmal ein bisschen ein Nachteil. Wenn du jetzt etwas batonnierst, du musst vielleicht mit dem Holz auch am Griffmaterial draufschlagen. Muss manchmal sein. Wenn du jetzt sagst, das darf nicht sein, mein Messer, dann ist es kein Survival-Messer, also dann ist es ein, ich habe dich lieb, schön Messer. Aber wenn ein, ich sehe halt ein Messer als, als Zweckarbeitsinstrument. Und wenn das schirch wird und grausig wird, dann sage ich, ja, es hat Charakter. Vielleicht siehst du das anders, okay. Aber wenn man da draufschlagt, da wird halt, dieser Gummi, schon gummig. Ich kenne das, das kenne ich auch von Fail-Niven, da ist das genauso. Ja, der Sackra, du Bünder, der Zickert dahinter, Rasser, Bacca. Aber gut, so. Auch erledigt. Also, ich will jetzt noch einmal das Apo One ausprobieren, weil bei dem ist es so, da schlage ich da hinten drauf, weil da der Vollstahl auch ist. Wird auch schirch, aber nicht ganz so schirch. Und genau da sind wir jetzt. Jetzt kann ich da vorne auf die Spitze draufknallen. Das wird aber irgendwann nicht mehr gut gehen, weil sich das Messer aufhebt. So kennen wir das. Und dann muss man da hinten draufknallen. Und das mache ich bei dem Messer ohne nur eine Sekunde daran zu denken, dass das kaputt geht. Bei dem hier muss man aufpassen. Also, weißt du, wenn ich sage, nein, das ist schlecht, alles hat dann Vor- und Nachteile. Du musst nur wissen, was für dich wichtig ist. Und wenn das für dich nicht wichtig ist, dann lass es gut sein. Und wenn es für dich doch wichtig ist, dann darfst du es nicht tun. und das ist der Punkt. Ich habe mir wirklich das geschissenste Stück, das unangenehmste Stück Holz ausgesucht, was es so gibt auf dem ganzen Holzlagerplatz von mir. Aber so ist das halt. da muss ich jetzt durch. Und du auch. Oder du kannst vorspielen. Das finde ich nicht. Ja, normalerweise würde man jetzt dann hergehen und da schon einmal ein Stück Holz einsetzen. Und das wäre aber mit dem SAK jetzt genauso. Das liegt jetzt nicht am EPO-1. Sondern das liegt daran, dass ich wirklich das zähste Stück Holz hergenommen habe, was ich gefunden habe. Aber gut, das hatte ich schon erwähnt. Dafür habe ich jetzt ein Brett. Ich habe jetzt ein Schneidbrett gemacht. Und das ist gleich der nächste Punkt. Mal da glatt schnitzen. Geht. Ist in Ordnung. Ja, ist kein Unterschied. SAKRA, ist kein Unterschied. Was mich jetzt interessiert natürlich, das ist die Frage des Federsticks machen. Kann ich gleich dazu sagen, ich kenne das Ergebnis. Sie sind beide cool, aber ist egal. Aber du willst es ja sehen. Ich nehme jetzt hier Buchenholz. Buchenholz ist nicht unbedingt das Holz, mit dem man die besten Federsticks auf der Welt machen kann. Also wenn du da anfangen willst und wenn du sagst, meine Federsticks sind so schärf und grausig und pfuhig, dann nimm nicht Buche. Sondern fang mit Fichte an zum Beispiel. Oder wenn du es ganz leicht haben willst, mit Pappel, mit Weide. Ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Da muss auch das Messer nicht allzu tolle Anforderungen mit sich bringen. Ich sage es gleich einmal dazu. Kamera scharf schalten. Die Locken sind schön. Kann man ganz feine machen, so richtig schöne und auch was Größeres. Das ist alles in Ordnung. Jetzt nehmen wir natürlich im Vergleich das SAK auf der anderen Seite, damit es dasselbe Stück Holz ist. Und sie sind beide geschliffen. Also wirklich. Und fertig. So. SAK Locken, Lili Locken. Die sind halt breiter und die sind halt feiner. Das ist die Frage, was ist besser. Die Antwort ist ziemlich einfach. Wurscht. So. Abgeschnitten. Jetzt schneiden wir das noch mit dem Lili Messer ab. Ich meine, ich muss immer Lili Messer sagen. Entschuldigung. Damit wir da jetzt ja nicht schummeln, das sind jetzt die SAK Späne. Ach so. Gut. Dann Feuerstahl-Test. Der letzte Feuerstahl deines Lebens. Billige Eigenwerbung findest du natürlich bei mir im Shop. Ist eh ganz klar. Ja, das ist gut. Gut, da ist einmal das Epo One. Gut. Geht da genauso. Voll super. Gut. Jetzt muss ich das anzünden auch. Vielleicht blamiere ich mich wieder, aber das steht drüber. Brennt natürlich. Braves Lili Messer. Braves Lili Messer. Und jetzt natürlich nichts haben wir blamiert. Nichts haben wir blamiert. Gutes Messer. Nein, Spaß beiseite. Und jetzt das vom Messer kann. Das wird genauso funktionieren. Ich sehe ganz klar. Und brennt auch. Schau. Silber Holz. Silber Feuerstahl. Beide Messer. Überhaupt kein Problem. Bei beiden ist der Klingenrücken wirklich sehr, sehr scharf. Und das ist auch wirklich wichtig. Also wenn ich ein Messer habe, das sich Survival Messer nennt, also Überlebensmesser, und es hat keinen Anschliff an den Rücken, dann schiebt, weil jetzt kann man sagen, Reine, du bist Feuerstahl verrückt. Das stimmt. Das bin ich. Aber so ein Feuerstahl ist wirklich ein wunderbares Tool. Und daher muss das einfach können. Beide bis jetzt gleichwertig. Also ich muss wirklich sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, Reine, welches der beiden nimmst du, sie sind einfach beide cool. Beide. Ich würde beide nehmen. Aber wenn das nicht erlaubt ist, dann weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht. Was ich auch gleich dazu sagen will, ist das, wenn du das Apo One kriegst und auspackst, wirst du vielleicht so, wie es mir gegangen ist, sagst, wow, liegt echt fett in der Hand. Wenn du das SRK kennst, sagst, und eigentlich ein SRK wartest hast, nur halt mit Lilly drauf, dann wirst du merken, dass das deutlich schwerer ist. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, das liegt immer beim Nutzer, bei der Nutzerin. Ich habe Menschen bei mir bei den Trainings, die sagen, das ist ja ein leichtes Messer, das will ich überhaupt nicht und gebe das weg. Und andere sagen, das ist mir viel zu schwer. Es waren einige Teilnehmer auch da, die das Apo One selber im Einsatz hatten oder selber daheim haben. Einer sagt, das ist mir einfach ein bisschen zu schwer. Und der andere hat gesagt, endlich habe ich mal ein schweres Messer. Also daher, das ist immer ganz eigenartig. Und das musst du selber herausfinden. Schau dir das ganz einfach an. Lange Rede, kurzer Sinn. Welches der beiden Messer ist besser? Keins. Wirklich, das kann ich so nicht beantworten. Das SRK zum Beispiel ist ein bisschen länger. Das Lilly Messer, also das Apo One, ist ein bisschen kürzer. Aber an dem liegt es nicht. Beide kann man sehr gut mit dem Power Cut nehmen. Auch das hier, das kann man wirklich sehr schön nehmen, das Apo One. Und man kann mit dem Power Cut arbeiten, was mir ja persönlich sehr, sehr wichtig ist. Das geht aber mit dem SRK genauso. Also, ist das eine schärfer oder schnittiger? Weiß ich nicht. So, jetzt der Preis. Das SRK ist normalerweise ein bisschen günstiger als das Apo One. Da darfst du aber auch eins nicht vergessen. Die Lilly produziert das mit einer super Securex Scheide. Ja, das passt, das ist alles okay. Schöne, wirklich sehr schön verarbeitet, also da gibt es überhaupt nichts. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich mutmaße, wahrscheinlich kommt das sogar aus derselben Fabrik. Wenn ich das, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber irgendwie, oder die haben das extrem gut nachgebaut von Cold Steel, weil die schaut sich halt als versauerendlich. Ja, wirklich, also egal. Ob das jetzt, ob man sagt, boah, böse Lilly, du hast das SRK nachgebaut und nur für dich adaptiert, das kann man sehen, wie man will, aber das ist gut. Was bei dem hier der Fall ist, das ist nicht Molle-tauglich. Das hier ist Molle-tauglich, weil diese Gürtel zwei geteilt sind. Und eh ganz klar. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ist relativ ähnlich. Und auch von der Qualität her hat das Lilly-Messer meiner Meinung nach ein bisschen die Nase vorn im Gegensatz zum SRK. Aber der Preis ist höher. Und das liegt nicht daran, ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht, dass die Lilly mit einem Ferrari herumfahren will und dir das Geld aus der Tasche ziehen will. Weil das ist ja auch die Behauptung, die viele Leute bei meinem Feuerstall hier haben. Nur ich bin halt nicht, daher auch ein anderer Preis, ich bin halt nicht Cold Steel. Und die Lilly ist auch nicht Cold Steel. Die wird nicht zehntausende Stück oder hunderttausende Stück ordern. Die kann einfach mit den Kosten, das ist Wirtschaft, das ist einfach Wirtschaft, was soll man tun? Die kann da nicht mithalten. Wenn ich zehn Stück, ich meine, die Lilly hat sicher mehr als zehn Stück bestellt, aber wenn ich tausend oder zwei oder dreitausend Stück bestelle, dann kriege ich einen anderen Preis. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt sofort zehntausend Stück davon haben oder hunderttausend Stück, kriege ich einen anderen Preis. Das ist ganz normal. Und daher kann sie wahrscheinlich auch nicht die Kalkulation machen. Das ist eine Mutmaßung, nämlich die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Ich weiß nicht. Die Frage, ich weiß nicht. Ich kann dir das Messer, wenn es dir gefällt und du sagst, mich spricht das an, magst du damit sicherlich keinen Fehler. Du wirst nicht sagen, das bricht ab oder sonst irgendwas. Wir haben damit alles gemacht. Wir haben wirklich damit alles gemacht. Ich habe übrigens damit auch gegraben. Ich habe Bärlachwurzeln daraus gegraben, weil die Lilly das auch macht. Also wollte ich wissen, was das bedeutet und gar nichts. Ich habe es jetzt nachgeschliffen natürlich. Es hat keinen Ausbruch bekommen, gar nichts. Das ist dieser Ausachtstahl. Ja? Und das Coldsteel ist genauso genial. Und eigentlich sage ich, der kauft da beide. Kauft da beide. Nein, ich weiß es nicht. Das war es jetzt an der Stelle, weil sonst plaudere ich noch irrsinnig lang. Und das war es. Ich weiß es noch nicht, aber ich versuche den Link zu dem Messer auf der Survival Lili-Seite da unten zu verlinken. Ich gebe dir auch den Link auf das SRK Coldsteel. Ja, das ist auch ein tolles Teil. Und natürlich auch billige Eigenherfung zu meinem Feuerstall in meinem Shop. Ich mag dir jetzt nochmal einen Kommentar bitten. Hast du das EPO1? Was ist da deine Meinung dazu? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Und ich mag dich aber auch bitten, du kannst schreiben, was du willst. Das ist ja ganz klar, freies Land. Dass du das fair machst. Und dass man nicht auf Personen herunterbricht. Dass man sagt, zum Beispiel bei mir, der Blade Rossmann, also der dicke Rossmann, der übergewichtigte Rossmann, was weiß der schon. Der blöde Hammel, der will nur reich werden. Der scheißt die Leute. Du kannst auch schreiben, wenn du willst. Und auch was jetzt die Lili betrifft, würde ich empfehlen. Zumindest, ich lösche dann die Kommentare nämlich wirklich raus, die beleidigend werden, weil ich das nicht okay finde. Schreib mir einen Kommentar. Auch gerne einen kritischen, aber in der richtigen Wortwahl. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz viel der Max. Abo bei anderen Videos zu weit schaut. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich bin René Rossmann und bis bald. Ciao.